Wie hängt die Biodiversität mit dem Klimawandel zusammen und mit nichts weniger als der Zukunft der Menschheit? Unser heutiger Studiogast sagt, der Klimawandel bestimmt, wie wir als Menschheit in Zukunft leben. Das Artensterben bestimmt, ob wir auf der Erde überleben. Die Zerstörung der Artenvielfalt zieht unweigerlich unseren Untergang nach sich, denn ohne Biodiversität keine Menschheit. Schrecklich genug, aber wahr. Aber wir können handeln, gestaltend handeln. Willkommen im DDKast. Mein Name ist Rainer Giert. Prof. Dr. Katrin Böning-Gese, die wir heute im DDKast-Studio begrüßen, gehört zu den weltweit führenden Spezialisten im Feld der Biodiversität. Seit 2010 ist sie Direktorin des Senckenberg Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrums in Frankfurt am Main und Professorin an der Goethe-Universität. Ihre Themen sind der Einfluss des Klima- und Landnutzungswandels auf die Biodiversität und der Zusammenhang zwischen Biodiversität und menschlichem Wohlergehen. Sie ist unter anderem Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina des Rats für nachhaltige Entwicklung. Sie ist in der Politik- und Gesellschaftsberatung aktiv, ist Buchautorin, auch Ausstellungsmacherin und sie war Vizepräsidentin der Leibniz-Gemeinschaft. Für ihre Spitzenforschung und ihr Engagement im Bereich der Politik- und Gesellschaftsberatung wurde sie 2021 mit dem Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ausgezeichnet. Mit ihr spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bernsch. Ja, wunderbar. Heute sitze ich hier Dr. Katrin Böning-Gäse gegenüber uns im Studio. Wie geht's Ihnen denn? Hallo. Sehr gut. Freut mich sehr, dass wir hier dieses Gespräch führen können. Ja, mich freut es auch sehr. Das ist ein Thema, das mich schon ewig interessiert. Wir hatten auch schon Gespräche mit Volker Moosbrugger geführt, mit Clement Tockner geführt, die ähnliche Themenfelder berührt haben oder Aspekte dessen. Zunächst mal, was ist denn Ihre formelle Berufsbezeichnung? Formell bin ich die Direktorin des Senckenberg Biodiversität- und Klimaforschungszentrums und Professorin an der Goethe-Universität. Wunderbar. Das ist natürlich in diesem Jahr besonders geehrt. Was ist denn Senckenberg World of Diversity? Das ist ein alter Claim, den noch Volker Moosbrugger aufgestellt hat, mit dem Ziel, deutlich zu machen, dass es sich bei Senckenberg um die ganze Breite der Biodiversität dreht, bis hin auch zu den Wechselwirkungen mit dem unbelebten Natur, also mit den Steinen, der Luft, dem Wasser. Die Grundthese Ihres Buchs, über das wir heute ja auch reden, ist ja, dass der Klimawandel bestimmt, wie wir als Menschheit in Zukunft leben. Und das Artensterben bestimmt darüber, ob wir auf der Erde überhaupt überleben können. Richtig. Das ist natürlich erstmal eine Ausgangsthese, eine Annahme, die auch einer Erklärung bedarf. Für mich ist es irgendwie nachvollziehbar als Laie. Aber was ist denn, wenn Sie jetzt in wenigen Worten versuchen würden, zusammenzufassen, was steht dahinter? Wir sehen als Menschen oft nicht, dass die Biodiversität unsere Existenzgrundlage ist. Praktisch alles, was wir brauchen, unser Essen, sauberes Trinkwasser, unsere Kleidung, Bauholz, unsere Gesundheit, all das kommt aus der Natur. Und wenn wir das nicht hätten, würden wir als Menschen nicht gut, wenn überhaupt, leben können. Sie sagen ja auch, dass uns sozusagen nicht ein langsames Artensterben umgibt, sondern dass das eine galoppierende Entwicklung sei. Und sagen auch, dass wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, der Planet zwar überlebt, das ist ja klar, aber wir als Menschheit nicht. Richtig, genau. Wenn wir die Langzeitdaten anschauen, die wir haben, so super viele gibt es nicht. Ein wichtiger Index ist der sogenannte Living Planet Index, der misst, wie viele Tiere es auf der Erde gibt. Das sind dann vor allen Dingen die Tiere, die man gut kennt, die Wirbeltiere, also Vögel und Säugetiere und Reptilien und Amphibien. Und da haben wir gute weltweite Daten. Da müssen wir konstatieren, dass in den letzten 50 Jahren über 60 Prozent der Tiere verschwunden sind. Also seit meiner Zeit, in den ersten Jahren Gymnasium, sind zwei Drittel aller Tiere verschwunden. Und das ist schon eine frappierende Zahl, die wir uns nicht wirklich deutlich machen. Ist das die Biomasse oder sind es die Arten? In dem Fall ist es die Individuen, also die Zahl der Tiere, die auf der Erde herrscht. Ansonsten gibt es Zahlen über die Aussterberaten von Arten. Da ist die Zahl, die immer kolportiert wird und die auch die bestmögliche Schätzung ist, dass von den geschätzten acht Millionen Arten, die wir auf der Erde haben, eine Million Arten vom Aussterben bedroht ist. Und dass die derzeitigen Aussterberaten mindestens zehn bis hundertfach höher sind, als die in den letzten zehn Millionen Jahren. Das heißt, wir stehen am Beginn des sechsten Massenaussterbens der Erdgeschichte. Und das letzte Massenaussterben war das, wo die Dinosaurier ausgestorben sind. Wenn man jetzt in die aktuelle Ausstellung über Wälder geht zum Beispiel, da erfährt man ja auch, dass es, sag ich mal, möglicherweise bisher nur ein Zehntel der Pilzarten zum Beispiel überhaupt bekannt sind. Also wenn man jetzt diese Zahl hört, also es gibt acht Millionen Arten, wie ist das überhaupt zu betrachten? Man kann ja sagen, es gibt eine Annahme, dass es acht Millionen Arten gibt oder gibt es tatsächlich nachweisbar acht Millionen Arten? Das sind Hochrechnungen, acht Millionen Arten plus minus. Von manchen Gruppen weiß man jede einzelne Art, zum Beispiel bei den Vögeln. Bei den Säugetieren weiß man auch relativ gut Bescheid. Aber bei den Pilzen, wie Sie das gesagt haben, kennen wir nur einen Bruchteil der Arten. Und da sind es sozusagen Hochrechnungen nach bestem Stand des Wissens. Es gibt ja dieses Kuhn-Ming-Montreal-Global-Biodiversity-Framework. Was ist das denn, sag ich mal so in wenigen Worten, also es ging durch die Presse, dass da eine Konferenz stattfand. Ich habe mit Volker Moosburger auch mal ganz kurz darüber gesprochen, der relativ deprimiert von der Konferenz zurückkam. Aber was ist denn das Kuhn-Ming-Montreal-Global-Biodiversity-Framework und was kann es uns helfen und was kann es uns nicht helfen? Das geht auf die große, berühmte Konferenz in Rio, den Erdgipfel zurück. Da wurde die Konvention zum Erhalt der biologischen Vielfalt aufgesetzt. Und da gibt es dann wie beim Klima alle paar Jahre solche globalen Gipfel. Und der letzte war der in Kuhn-Ming. Der nächste findet dieses Jahr in Kolumbien statt. Und da sieht man Zwischenbilanz, wie steht es mit der Biodiversität auf der Erde. Und bei dem großen Gipfel in Montreal, da hat man sich neue Ziele gesetzt. Was möchte man erreichen bis zum Jahr 2030 oder sogar bis zum Jahr 2050? Wir hatten ja vor kurzem den Professor Dr. Kreiser hier im DDK, der im Wort zu Scientists for Future gehört. Und er fordert ja rundweg einen Systemwandel. Also er sagt, in unserem Wirtschaftssystem sind wir überhaupt nicht in der Lage, der Biodiversitätskrise, der Klimakrise oder der gesamten Multikrise etwas entgegenzusetzen. Wie sehen Sie das? Wir haben in der Biodiversität wie beim Klima auch solche internationalen Räte. Das ist in dem Fall der Weltbiodiversitätsrat, vergleichbar zum Weltklimarat. Und ich wie dieser Rat halten fest, dass es tatsächlich nicht mehr reicht, mal hier und da was zu drehen. Das ist wichtig. Wir brauchen Naturschutzgebiete. Wir brauchen eine schadstoffärmere Landwirtschaft. Aber letztlich brauchen wir einen Systemwandel, also eine grundsätzliche systemweite Änderung unserer Politik, unseres Rechtssystems, unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft. Multiplativ sagte kürzlich in einem Zeitinterview, dass er zu Beginn seiner Karriere sehr naiv gewesen sei, weil er glaubte, dass wenn eine Erkenntnis da ist, diese auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Das ist ja ein großes Dilemma der Wissenschaft, dass eben Erkenntnisse nicht falsifizierbar sind, sagen wir mal so rum, die aber in der Öffentlichkeit dann überhaupt keine Rolle spielen. Also was bedeutet das für Ihre Praxis? Also ich habe in gewisser Weise das Privileg, dass wir die Klimaforscher als Biodiversitätsforscher über viele Jahre beobachtet haben und gesehen haben, wie wenig die mit ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen durchdringen. Insofern war bei mir die Erwartung als Biodiversitätsforscherin sehr gedämpft. Und zumindest zwischenzeitlich und im Gegensatz zu Volker Moosburger halte ich diesen Gipfel in Montreal für einen Riesenerfolg. Zwischenzeitlich hat man schon große Fortschritte beim Schutz der Biodiversität gemacht. Man hat diese übergeordneten internationalen Ziele. Bei dem Flaggschiff-Ziel, nämlich 30 Prozent der Flächen an Land und in den Meeren wirksam zu schützen, haben wir in den letzten Jahrzehnten auf dem Weg durchaus Fortschritte gemacht. Und die sind auch substanziell und die haben auch Wirkung. Und ich denke, wir haben tendenziell in der Biodiversitätsbereich zu oft ein negatives Narrativ und feiern die Erfolge, die wir haben, zu wenig. Das ist ja interessant. Also weil Hannah Ritchie ja in ihrem kürzlich erschienen, also ein Buch, das sich mit Meta-Empirie befasst, der sagt, this is not the end of the world. Das Buch heißt ja, this is not the end of the world. Das ist ja die Frage im Grunde, wie geht man mit dieser hochproblematischen Situation um? Interpretiert man das als Apokalypse? Interpretiert man das als Herausforderung? Und da wäre für mich jetzt eine Frage, wie das sozusagen innerwissenschaftlich diskutiert wird. Also Sie haben jetzt im Grunde, ich habe jetzt gerade gefragt, wie funktioniert das sozusagen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit? Aber wie kommunizieren Sie innerhalb der Wissenschaft über diese dramatische Lage? Also zwei wesentliche Erkenntnisse. Die Lage ist dramatisch, die Biodiversität geht bedrohlich zurück. Aber, und das ist eben die zweite Medaille, wir haben Zukunftsszenarien, die zeigen, dass Biodiversität auch wieder ansteigen kann in der Fläche. Bending the curve, also die Kurve kriegen, nature positive, die Natur wieder in die positive Richtung zu verändern. Und das ist wissenschaftlich durchaus substanziiert. Also wir wissen aus der Biodiversitätsmodellierung ganz genau, was passieren müsste, damit wir die Kurve kriegen und damit die Biodiversität wieder ansteigt. Und das ist eigentlich fast leichter als beim Klima. Also mich hat das, als ich das Buch in die Hand bekommen habe, ich muss dazu sagen, Clement Tockner hat es mir geschenkt, hat mich das wirklich sehr erschüttert. Und zwar eben auch ähnlich wie beim ersten Lesen von Rachel Carstens Silent Spring, das ja schon vor 60 Jahren erschienen ist, oder eben den Grenzen des Wachstums von Club of Rome, das vor 50 Jahren erschienen ist, oder Al Gore's Inconvenient Truth. Weil das so eine ganz grundlegende Feststellung macht, dass wir als Menschheit uns momentan gerade den Teppich unter den Füßen wegziehen oder den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Richtig. Diese Bücher sind ja alle auf sehr profunden wissenschaftlichen Erkenntnissen sozusagen aufgebaut. Aber was bewirkt denn auch sehr viel? Aber nicht so viel, wie man eigentlich sich gewünscht hätte, dass sie bewirken. Sehen Sie oder spüren Sie, dass das, was Ihr Buch jetzt sozusagen gerne machen möchte, dass das eben auch wirkt? Also selbst im kleineren Maßstab. Also was macht dieses Buch? Wir greifen ja in dem Buch auch wissenschaftliche Erkenntnisse auf, wie man die Kurve kriegt. Und da braucht man drei Maßnahmenpakete. Einmal Schutzgebiete, große Schutzgebiete plus Renaturierung. Das zweite ist Änderungen von unserer landwirtschaftlichen Produktion. Wir brauchen eine produktive, aber nachhaltige Landwirtschaft. Und das dritte ist Änderungen beim Konsum. Weniger Lebensmittelverschwendung und für Länder wie Deutschland weniger Fleischkonsum. Und bei den Schutzgebieten sind wir auf einem guten Weg. Da haben wir diese Aichi-Ziele, das waren die Vorgängerziele, zu den Kunming-Zielen für die Schutzgebiete an Land fast erreicht. Damals war das Ziel, 17 Prozent der Erde unter Schutz zu stellen. Das haben wir geschafft. Und seitdem weiten sich die Flächen weiter aus. Also das heißt, wir sind da durchaus auf keinem schlechten Weg. Bei der Produktion ist es eher schwierig. Da müssten sich jetzt hier in Deutschland auch die landwirtschaftlichen Produktionssysteme ändern, hin zu mehr biodiversitätsfreundlicher Landwirtschaft. Das wird gerade im letzten Dreivierteljahr wieder massiv blockiert. Und auf der Seite des Konsums merken wir schon massive Änderungen bei der Ernährung. Also der Anteil des Fleischkonsums in Deutschland geht kontinuierlich zurück. Und vor allen Dingen die jüngere Generation ist sehr viel weniger Fleisch. In den Mensen des Studierendenwerkes ist in der Zwischenzeit der Anteil vegetarischer Gerichte und veganer Gerichte 70 Prozent. Das heißt, da merken wir schon den Umschwung. Und insofern bin ich aus guten Gründen optimistisch, dass wir immer wieder mit Rückschlägen grundsätzlich vorankommen. Sie haben ja kürzlich die eben schon erwähnte Ausstellung auch Bending the Curve mit Franziska Nori zusammen realisiert. Das hat man erst erstaunlich genug. Also mit dieser Art von Thematik in einem Kunstverein, einer der prominentesten und traditionsreichsten Kunstvereine Deutschlands, muss man dazu sagen, in diesem Frankfurter Kunstverein diese Veranstaltung gemacht, diese Ausstellung gemacht, Lesungen dazu gemacht. Worum geht es bei dieser Ausstellung und vielleicht nochmal genauer auch zurück auf diesen Begriff, dieses Bending the Curve? Bending the Curve bedeutet, die Kurve kriegen im Biodiversitätsschutz, eben den Rückgang der Biodiversität stoppen und idealerweise die Biodiversität wieder erhöhen. Und wie man das hinkriegt auf wissenschaftliche Art, also auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, habe ich schon dargestellt. Aber das bedeutet natürlich auch profunde Änderungen in allen Komponenten, zum Beispiel in Materialien, in dem, was wir ästhetisch finden, in der Haltung, aus der wir heraus Kunst machen. Und diese gemeinsame Ausstellung hat einmal die wissenschaftlichen Erkenntnisse produziert. Diese Kurve über die zukünftige Entwicklung der Biodiversität ist da ganz groß in der Ausstellung platziert gewesen, aber eben auch gezeigt, welche Künstler, Designer, Künstlerinnen zum Beispiel mit Materialien arbeiten, die jetzt nicht die Erde weiter ausbeuten, die andere Beziehungen zur Natur vermitteln, wo dann eben zum Beispiel Algen als Partner auf Augenhöhe betrachtet werden. Und das hat die Menschen schon berührt. Und Franziska Nori hat in ihrem Newsletter geschrieben, dass das die meistbesuchte Ausstellung in den letzten fünf Jahren war. Das heißt, das hat schon die Menschen erreicht und auch die Bedürfnisse der Menschen nach positiven Geschichten, nach Lösungen bis zu einem bestimmten Punkt befriedigt. Das müssen wir ja auch mal festhalten. Im Grunde dieser ganze Kontext, also dieses Buch, seine Publikation, wir reden ja auch darüber, diese Ausstellung in dem Kontext, das ist ja eine sehr holistische, also integrale Herangehensweise bei der Kommunikation. Wir hatten einen Freund, der hier relativ zitiert, der eben da frustriert war, weil es nicht kommunizierbar war. Und was Sie jetzt machen, also Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie sind Optimistin bezüglich der Guenming-Montreal-Konferenz. Sie sagen auch, wir können das kommunizieren. Wir können es irgendwie in den gesellschaftlichen Raum reintragen. Und das sind ja aber Themen, die teilweise doch sehr abstrakt sind. Also jetzt nicht so abstrakt wie der Klimawandel, weil der tatsächlich nicht sichtbar ist. Aber so etwas wie der Untergang ganzer Lebensräume ist vergleichsweise abstrakt. Also was ist denn der Untergang eines Lebensraums? Die Menschen sind eigentlich erstaunlich gut informiert. Also wenn dann über den Verlust der Regenwälder in Brasilien berichtet wird oder über Korallenriffe, die zerstört werden jetzt unter dem Klimawandel, das ist schon was, dass zumindest die interessierte Zeitungsleserin oder der interessierte Podcast-Hörer weiß. Und was weniger im Kopf ist, ist, dass wir auch in Deutschland massive Veränderungen haben. Und bei uns finden die Veränderungen, anders als man es annimmt, tatsächlich in der Agrarlandschaft statt. Also auf den Wiesen, Äckern und Weiden. Wenn man vor die Stadt geht, jetzt hier in Frankfurt, sieht man kaum noch Feldlärchen oder Rebhühner oder Kiebitze. Der Kiebitz war eine unglaublich weit verbreitete Art hier in Hessen, ist jetzt fast ausgestorben. Und das liegt eben an der superintensiven Landwirtschaft, die wir in Deutschland betreiben. Und das heißt, die Leute machen sich eher um den sibirischen Tiger Sorgen, als um die Feldlärche vor der Haustür. Und da brauchen wir eher das Bewusstsein, dass hier in Deutschland was ganz gefährlich in die falsche Richtung rutscht. Und wir aber auch alle dazu beitragen kann, dass das wieder geheilt wird. Ich meine, ich bin ja an meine Kindheit erinnert. Ich bin ja auch im Land aufgewachsen, also ein Schwalbenschwanz oder ein kleiner Fuchs. Also keine Ahnung, Glühwürmchen, eben die genannten Rebhühner, Fasane, waren absolut Teil der Umgebung. Richtig. Also die waren einfach da. Eulen, Kreuzchen, ja, jede Form von Singvogel. Im Grunde meine Mutter kannte auch praktisch jeden Singvogel, der irgendwo in der Gegend rumzwitscherte, ohne Ornithologin zu sein. Es gab auch das ganze Lieder und Volksbrauchtum. Also trotz dieser kulturellen Prägung, trotz der Prägung im Grunde der jetzt mal Boomer-Generation, noch mit all dieser biologischen Vielfalt ist das ja passiert. Da ist ja die Frage, also wie kann man sozusagen diesen Akteuren, die Boomer-Generation, die Generation X natürlich, die jetzt an der Macht sind auch dazu. Was sagen Sie diesen Akteuren in Bezug auf das Scheitern ihres eigenen Verhaltens über die letzten Jahrzehnte? Ich denke, das Wesentliche war, dass man die Zusammenhänge nicht gesehen hat. Natürlich ist man mit den Arten aufgewachsen, hat die für selbstverständlich genommen. Man geht in den Supermarkt und kauft da seinen Kaffee oder seine Kartoffeln und nimmt auch das für selbstverständlich. Und den Zusammenhang, dass das irgendwo produziert wird und auf eine bestimmte Art und Weise produziert wird, das sieht man nicht. Und das ist dann wieder Teil der wissenschaftlichen Arbeit, das immer wieder deutlich zu machen und dann eben auch unterschiedlicher Wissensformen, die Kunst, Ausstellungen, Exkursionen in die Natur zu nutzen, um das den Menschen deutlich zu machen. Und dann eben aber gleichzeitig auch zu vermitteln, es reicht nicht, wenn wir Schutzgebiete einrichten. Das ist toll. Die Natur ist in den Schutzgebieten in der Regel ganz gut geschützt und erholt sich wieder. Aber wenn wir nicht unser Leben ändern und unseren Konsum ändern, derzeit importieren wir so viele Produkte aus dem globalen Süden. Wir exportieren jetzt auch noch die negativen Effekte, die wir auf die Natur haben, in den globalen Süden, in die Hotspots der Artenvielfalt rein. Wenn wir unseren Fleischkonsum nicht ändern, dann werden wir nicht die Kurve kriegen. Und bis jetzt ist schon irgendwie die Idee, irgendwie löst sich das und es gibt technische Lösungen. Aber dass das mit unserem eigenen Verhalten zu tun hat, ich glaube, das muss noch deutlicher werden. Was ist denn der Kern Ihrer disziplinären Forschung? Sie sind einerseits in der Lehre tätig als Professorin, Sie sind als Publizistin tätig. Sie sind natürlich auch innerhalb der senkenbergischen naturforschenden Gesellschaften in allen möglichen Gremien zusammenhängen tätig. Aber was ist denn der Kern Ihrer Forschung? Also ursprünglich habe ich darüber gearbeitet, wie sich Vogelbestände verändern, welche Arten abnehmen, welche zunehmen. Dann habe ich intensiv darüber gearbeitet, welche Folgen das hat für das Funktionieren von Ökosystemen. Und in der Zwischenzeit arbeite ich über sogenannte sozial-ökologische Systeme, also welchen Einfluss der Mensch auf die Natur hat und welchen Einfluss die Natur wieder auf den Menschen hat und wie wir dieses System so verändern können, dass wir nicht in dieser Abwärtsspirale sind, in der wir gerade sind, sondern dass wir in eine positive Spirale reinkommen und dann kleine positive Veränderungen sich wieder gegenseitig verstärken und eben einen Beitrag zu diesem Bending the Curve leisten. Sie haben eine unglaubliche Passage, die ich vorlesen möchte aus Ihrem Buch. Und zwar geht es dabei um den Zusammenhang zwischen Kühen, Geiern, dem Schmerzmittel Diclofenac, Menschen, wilden Hunden und vor allem den Tod von vielen Menschen. Das finde ich, glaube ich, ganz interessant, weil da habe ich eine Anschlussfrage auch. Also Indiens Geier zählten noch vor rund 30 Jahren zu den häufigsten Greifvögeln der Welt und hatten über Jahrtausende hinweg die Funktion einer Art Gesundheitspolizei. Sie fraßen Aas, darunter auch verendete heilige Kühe, die sich aus religiösen Gründen zahlreich auf Indiens Straßen finden, bis in die 90er Jahre das Schmerzmittel Diclofenac in der Tiermedizin populär wurde. Das ist genau der Punkt, den Sie vorhin auch hatten. Schon bald setzten es Milchbäuerinnen und Halterinnen von Zug- und Lastentieren ein, weil das Medikament sehr kostengünstig ist. Allerdings hat es auch einen fatalen Nebeneffekt. Es löst bei Geiern Nierenversagen aus und ist so giftig wie Zyankali für den Menschen. Innerhalb von 15 Jahren sanken die Beständen dreier Geierarten in Indien um mehr als 95 Prozent. Infolgedessen wurden Kühe nicht mehr wie früher auf natürliche Weise beseitigt und, vielleicht noch schwerwiegende, die Zahl verwildernder Hunde nahm zu, weil sie mehr Aas fressen konnten. Da Hunde auch Menschen beißen, kam es zu einem deutlichen Anstieg von Tollwutfällen. So hatte der Rückgang der Geierpopulation, was an sich schon bemerkenswert wäre, wahrscheinlich auch den Tod von 50.000 Menschen verursacht. Richtig. Das sind so die Ketteneffekte, an die man nicht denkt, wenn man denkt, ach, was kümmern mich die Geier? Also ich finde das eine unglaublich beeindruckende Passage. Mir wird jetzt auch, nachdem Sie sagten, dass Sie also aus der Forschung mit Vogelpopulationen kommen, wird mir natürlich auch klar, warum Sie dieses Beispiel der Geier gewählt haben. Aber das ist eben, dass diesen Zusammenhang, also diese mehrstufigen, also so systemischen Verstrickungen, das, dafür empfehle ich auch das Buch übrigens, das ist ein entscheidender Faktor, das eben begreifen zu wollen, das annehmen zu wollen, dass es nicht irgendwie linear, kausal, eins das andere macht, sondern dass es Verbindungen gibt, die wir überhaupt nicht auf der Peilung haben. Also wir haben ja auch einen Punkt, nämlich dieser Kostenfragestellung. Also Ihnen geht es ja auch darum, die echten Kosten, das wäre jetzt so ein Fall hier, 50.000 Tote, die unser Verhalten mit sich bringt, offenzulegen und Berichtspflichten für Unternehmen einzuführen. Was bedeutet das denn? In der Zwischenseite sind diese Berichtspflichten übrigens eingeführt auf der europäischen Ebene. Erst die großen, dann zunehmend auch mittelgroße Unternehmen müssen in Zukunft nach europäischer Richtlinie darüber berichten, welchen Fußabdruck sie haben auf die Umwelt, darunter eben auch Biodiversität und Klima, aber auch, welchen Risiken sie ausgesetzt sind, wenn die Biodiversität weiter abnimmt. Und aber dann auch im Positiven, welche Möglichkeiten sich ergibt, wenn sie ihr Geschäftsmodell ändern und konstruktiv mit dem Schutz der Biodiversität umgehen. Und das, die Idee dahinter ist, dass es eben so einen Nachdenkenprozess in Unternehmen auslöst, dass es eben hoffentlich nicht nur eine mühsame Pflicht ist, das abzuarbeiten, sondern dass es dann doch das ein oder andere Unternehmen gibt, das sich ernsthaft damit auseinandersetzt und dann womöglich mit gar nicht so schwierigen Wegen Methoden findet, wie der Fußabdruck reduziert werden kann. Diese ganze Kuomintang-Montreal-Geschichte, da geht es ja auch darum, diesen erheblichen Teil der Erde unter Schutz zu stellen. Also was bedeutet das denn für die globale Ökonomie, auch für die globale Gesellschaft, wenn 30 Prozent der Erde unter Schutz gestellt werden? Da wird es ja wahrscheinlich auch viel Widerspruch geben oder Kritik oder eben auch Zweifel daran. Aber wie sieht es aus? Da haben wir oft ein falsches Verständnis davon, was unter Schutz stellen heißt. Das bedeutet jetzt nicht, Zaun drum, Menschen raus, keine Nutzung mehr, sondern es gibt bei Schutzgebieten ein ganz breites Spektrum. Da gibt es natürlich Schutzgebiete, wo die Natur im Vordergrund steht, wo man sagt, ja lassen wir mal die Natur Natur sein. Also Wildnisgebiete gibt es auch bei uns in Deutschland, aber dazu gehören auch Gebiete, die wir in Deutschland als Kulturlandschaft bezeichnen würden, wie die Rhön oder die Spreewaldregion oder die Schwäbische Alb oder das Berchnesgadener Land. Das sind eben zum Teil ja tausende alte Kulturlandschaften. Und wenn man das schafft, die weiterhin in dieser Art nachhaltig zu nutzen, dann wäre das eben auch ein Schutzgebiet und wird in diese 30 Prozent reingezählt. Also Schutz geht mal mit mehr und mal mit weniger Mensch. Wir haben ja vorhin schon diesen wunderschönen Begriff, dieses Bending the Curve gehabt und wir hatten ja auch den Zusammenhang zwischen Kommunikation und Kunst oder eben auch der künstlerischen Herangehensweise oder der anderen Herangehensweise an Fragestellungen, die möglicherweise in der wissenschaftlichen Sprache nicht kommunizierbar sind. Aber für mich ist da auch die Frage sozusagen, die kann man hier in diesem Design-Discussion-Podcast natürlich stellen. Also können wir Menschen die Biodiversität im positiven Sinne gestalten? Also das ist ja eine Frage, die geht noch weiter als sozusagen, also dieser Bending the Curve, also das Umdrehen der Entwicklung. Können wir die positiv gestalten? Also wenn man jetzt mal direkt guckt, was kann man als einzelne Person tun? Kann man tatsächlich die Biodiversität im direkten Umfeld erhöhen? Ob das dann gestalten ist, ist nochmal eine andere Frage. Also insektenfreundliche Blumenkästen auf dem Balkon mit Lavendel oder Salbei oder einen Garten, der eher eine Wiese ist anstatt einem kurzgeschorenen Rasen. Im städtischen Bereich haben wir hier in Frankfurt ja auch diese Initiative der Insektenwiesen. Geht genau in die richtige Richtung. Statt monotonem Rasen diverse Wiesen. Aber eben auch durch das Einkaufsverhalten, dass man dann bewusst darauf achtet, sich nachhaltig zu ernähren, dass man nachhaltige Textilien kauft, dass man genau hinschaut, wie die Sachen produziert sind. Und bis hin zu, dass man eben auch sparsam ist, in dem, wie man Sachen nutzt. Und an dem Punkt, glaube ich, kommt dann irgendwo auch die Gestaltung wieder rein, die Gestaltung von Produkten. Nämlich, dass die lineare Nutzung, die wir immer hatten, wir bauen eine Ressource ab, bauen ein Produkt und werfen das hinterher weg, dass wir davon wegkommen müssen. Hin zu der Erkenntnis, dass das alles wertvolle Rohmaterialien sind, die sparsam genutzt werden sollen, die wieder genutzt werden sollen, die recycelt werden können und wo wir idealerweise hin zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Und wenn wir das richtig gut hinkriegen würden, dann würden wir auch eins dieser fatalen Dilemmata auflösen, nämlich, wie wollen wir denn unseren Lebensstandard weiterführen und gleichzeitig eine positive Entwicklung der Natur haben. Wenn wir anders produzieren und konsumieren, wenn wir andere Produkte haben, dann ist das durchaus möglich. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir Sie jetzt hier eingeladen haben. Also ein erheblicher Teil unserer Hörerinnen sind ja eben Gestalterinnen, Produktgestalterinnen in der Industrie, Kommunikationsfachleute, ModedesignerInnen. Das heißt, wir haben eigentlich das gesamte Publikum, dass das alles tun kann. Also dass es dazu auch verpflichtet ist, im Rahmen des EU-Green-Deal, einer Transformation der gesamten Produktwelt, sozusagen voranzutreiben. Aber es ist dennoch nicht voll verstanden in der Szene, was das heißt. Sie haben jetzt ein sehr gutes Beispiel dafür genannt, also Produkte so zu gestalten, dass sie rezyklierbar sind, dass sie eine Circular Economy bedienen, dass eben ein Bauen, also die ganze Suffizienz-Fragestellung nach vorne kommt. Richtig. Und was denken Sie denn, was da sozusagen direkt in die Arbeit einfließen soll? Da haben wir so zwei, drei Grundgedanken, die Sie den GestalterInnen mitgeben würden. Also jetzt vor allem, würde ich mal sagen, Richtung Produktgestaltung, also Entwicklung von Objekten, seien es Autos oder Stühle oder Waschmaschinen, was auch immer. Das sind ja alles unsere Mitglieder und Hörerinnen auch. Was sollen die eben anders denken oder möglicherweise irgendwie sozusagen als Paradigma mit in ihrer Arbeit aufnehmen? Vielleicht, dass das, was man da quasi in der Hand hat und gestaltet, dass das idealerweise vor immer nutzbar ist. Also entweder eine größere Langlebigkeit der Produkte oder dann eben eine Möglichkeit, die Sachen nach einem gewissen Nutzungsende wieder auseinanderzubauen und neu zusammenzubauen oder die Einzelteile dann wieder in andere Kreisläufe einzubringen. Da gab es auch in der Ausstellung von der Franziska Nori ein schönes Beispiel, wo man dann eben zum Beispiel organischen Materialien aus der Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder Textilindustrie dann wieder nimmt als Substrat für Pilze. Und dann wachsen die da drauf und bilden ihre Hüfen, durchwurzeln das Ganze. Und wenn man das dann trocknet und presst, kann man das wieder als Baumaterial verwenden. Das heißt, kreative Wege, Sachen wieder zurück in die Nutzung bringen, ist auch eine Komponente davon. Sie sagen ja, wir haben den Kontakt zur Natur verloren und müssen praktisch auf allen Ebenen gleichzeitig ansetzen, um ihn wieder zurückzugewinnen, weil wir eben Teil der Biodiversität sind, wie Sie eigentlich schon sagten. Wir sollten also die Natur wieder für uns gewinnen und den Kontakt wieder aufbauen. Das wäre jetzt auch eine ganz konkrete Frage. Also wie bauen wir den Kontakt zur Natur wieder auf? Letztlich damit, dass ich Zeit draußen verbringe und mich auf Natur einlasse. Jetzt ist gerade Mai. Da draußen ist ein ohrenbetäubendes Vogelkonzert am Morgen. Und der Zugang zu diesem ganzen Schallerlebnis ist nicht so einfach. Aber in der Zwischenzeit gibt es technische Hilfsmittel, die einem das Leben wirklich einfacher machen. Es gibt zum Beispiel eine App, Merlin heißt die, kann man sich kostenlos runterladen. Wenn man die anschaltet, dann bestimmt die einem diese Vogelarten, die da gerade singen. Und ich muss sagen, das macht richtig süchtig, sogar mich als Profi. Ich bin zurzeit jeden Morgen um fünf draußen und schaue, was in unserem Garten singt. Und zu meinem positiven Erstaunen gibt es da viel mehr Arten, als ich es über Jahre optisch wahrgenommen habe. Und das erzeugt eine Beziehung zur Natur. Also das Hinschauen, das Nachfühlen, das ins Gras legen und die Insekten zum Hören. Also auch Entschleunigung, sich Zeit für die Natur nehmen. Das, wie gesagt, verbessert nachweisbar unsere Verbindung zur Natur. Und letztlich löst es dann oft auch Naturschutzverhalten aus. Aber auf der anderen Seite ist es für die Gesundheit auch zentral. Diese Entschleunigung, die Langsamkeit, hilft, dass man die Speicher wieder auflädt. Und auch da ist nachgewiesen, dass man hinterher sehr viel kreativer denken kann. Es gibt ja auch Studien darüber, dass eben ausdrücklich die Vielfalt von Vogelgeräuschen zur psychischen Gesundheit von Menschen beiträgt. Richtig. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Selbst wenn man jetzt ein reiner Pragmatiker wäre und würde sagen, was soll das denn alles? Ist mir doch egal. Würde man jetzt unter diesem Aspekt ganz klar sagen können. Also wenn ich die Vogeldiversität, die Vogelfielfalt in meinem Garten erhöhe, indem ich einfach durchfüttere, was wir hier auch machen, da haben wir ja auch Massenvögel im Garten, dann nutze ich mir selbst bei meiner eigenen psychischen Gesundheit. Das finde ich einen ziemlich interessanten Punkt auch. Absolut. Also da gibt es gute Hinweise darauf, dass je diverser die Parks in der Stadt sind, je mehr Vögel es da gibt, umso gesünder sind die Menschen, psychisch gesünder. Also in den Apotheken um solche Parks werden signifikant weniger Psychopharmika verkauft. Also das heißt, das hilft gegen Depressionen und Angstzustände. Und bei einer großen Untersuchung, die ich selbst mit meinem Team über ganz Europa durchgeführt habe, haben wir auch einen Zusammenhang zwischen Vogeldiversität und menschlicher Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit gefunden. Und das waren Daten des sogenannten European Survey of Life, also eine Befragung von über 35.000 Europäerinnen, die dann 200 verschiedene Fragen kriegen. Eine davon ist, wie zufrieden sind sie derzeit mit ihrem Leben im Allgemeinen? Also diese typischen Glücksforschungen, bloß tiefer, eben nach Zufriedenheit fragend. Und da ist die Artenvielfalt an Vögeln in der Region, wo die Menschen leben, ein ganz wichtiger Faktor. Und die Effektstärke auf die Zufriedenheit ist genauso groß wie die Effektstärke des Einkommens. Das ist fantastisch. Also wir haben hier was mit Rotkehlchen und vor allem eben natürlich die Amseln und die Spatzen, die einen riesen Theater veranstalten da draußen. Richtig. Dadurch, dass wir eben sehr intensiv auch Vögel füttern und auch über das Jahr rumfüttern, eben hier mitten in der Stadt eine riesige Vogelpopulation schaffen können. Von daher fühle ich mich da auch bestätigt. Es geht einem auch gut, wenn man morgens Fenster aufmacht. Richtig, genau. Das, mein Nicola Ahles sagte ja in der Rezension ihres Buches in NDR, das ist ein intelligentes Werk, das einem sehr guten Überblick gibt und Hoffnung macht. Also das kann ich auch bestätigen. Jetzt noch zum Thema des Schutzes der Biodiversität im unmittelbaren Umfeld. Noch mal praktischer auch. Wir hatten eben gerade das Thema Vögel und wir hatten auch Verhaltensänderungen. Wir hatten auch so makroökonomische Fragestellungen vorhin oder eben auch Themen der Gestaltung unserer Wirtschaft. aber was kann ich denn in meinem unmittelbaren Umfeld tun, um die Biodiversität zu schützen? Wir hatten vorhin dieses Erhöhen, das Gestalten der Biodiversität. Was kann ich denn tun hier in der Stadt, um Biodiversität zu schützen? Also ganz konkret. Also das Schützen und das Bewahren und das Fördern, das hängt bei der Biodiversität eng zusammen. Also oft schützt man Natur am besten dadurch, dass man nichts macht. Also wenn man im Garten nichts macht, wird der von ganz alleine diverser. Wenn man das Totholz, der vom Astbaum fällt, nicht wegräumt, sondern liegen lässt oder wenn man einen Haufen an abgeschnittenen Ästen aufbaut, dann kommt der Igel viel häufiger. Also eine gesunde Form der Unordnung hilft. Und das Tolle ist, eigentlich arbeitet die Natur automatisch in Richtung Diversität. Also manchmal muss es sie nur lassen und zum Teil kann man auch mit der Natur zusammenarbeiten und zum Beispiel Bändcheshecken anlegen, wo dann die Vögel drauf sitzen und ihre Samen fallen lassen und plötzlich entstehen da aus toten Hecken lebendige Hecken. Und das geht hin bis, und das haben wir hier in Frankfurt auch erstaunlicherweise ganz erfolgreich hingekriegt, Projekt Wildnis in der Stadt zuzulassen. Es gibt hier in Frankfurt, auch in anderen Städten, das Projekt Städte, Wagen, Wildnis. Und da hat man eben Teile der Stadt einfach mal sich selbst überlassen. Und da eine Fläche ist bei uns in der Gegend, in Bonamés. Da ist dann der Biber eingewandert, hat Bäume gefällt und das wird gerade so divers. Das ist ganz fantastisch. Also selbst in so einem Ballungsraum wie Frankfurt geht so was. Man hat ja auch gesehen bei der Niederrenaturierung in der Nähe von Höchst. Also innerhalb von kürzester Zeit eine ungeheure Vielfalt von scheinbar vertriebenen Arten oder ausgestorbenen Arten gar sich da wieder angesiedelt hat. Also das ist auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft. Renaturierung funktioniert und oft ganz schnell. Auch in der Landwirtschaft, wenn man da auf diesen intensiv genutzten Feldern Brachen stehen lässt oder anders aussät, so mit Zwischenfrucht oder einem Mosaikanbau, wo man Streifen von verschiedenen Fruchtsorten, ein bisschen Rocken, ein bisschen Mais, ein bisschen Kartoffeln anbaut, ist die Diversität ganz schnell da. Das dauert nur wenige Jahre und das macht einem auch Hoffnung. Das finde ich auch einen sehr interessanten Punkt, weil Sie die Geschwindigkeit eben mehrfach angesprochen haben. Also es ist nicht eben das langwierige Prozess, sondern wir können sehr schnell Zerstörungen anrichten und können auch mit einer relativ hohen Geschwindigkeit, einer erstaunlich hohen Geschwindigkeit, wieder bending the curve oder eben auch direkt in der Interaktion mit unserem unmittelbaren Umfeld im positiven Sinne gestalten. Also was wir jetzt glaube ich mitnehmen können, ist, dass wir also nicht in der Lage sind, eben beliebig viele Arten auszurotten und als Menschheit zu überleben. Das ist einfach nicht möglich. Richtig. Gut, also dann, das ist die schlechte und die gute Nachricht ist, es liegt in unserer Hand. Das finde ich eigentlich die interessante Komponente auch. Also gerade eben auch, weil Sie vorhin sagten, also GestalterInnen oder unsere professionelle Welt hier kann da ganz direkt Einfluss nehmen. Deshalb habe ich jetzt nur noch diese Abschlussfrage, die wir immer stellen bei uns in der Sendung, nämlich was ist gut? Da bin ich jetzt nie vorbereitet. Was ist gut? Ich finde, gut ist, dass man so lebt, dass man der Erde, also der nächsten Generation eine Erde überlässt, auf der man auch noch gut leben kann. Und das bedeutet, dass man die Ressourcen, die Biodiversität, das Klima so gestaltet, dass es eben auch der nächsten Generation auf der Erde noch gut geht. Da habe ich noch eine Frage zu den Vögeln. Also welche sind denn Ihre Lieblingsvögel? Sie haben mit Sicherheit auch über bestimmte Vogelarten geforscht. Sie haben in Ihrer Kindheit geprägt worden durch Vogelarten. Welche sind Ihre Lieblingsvogelarten? In Deutschland ist es tatsächlich der Bienenfresser. Das ist eine ursprünglich tropische Art, die sich schon vor Jahrtausenden auch nach Deutschland ausgebreitet hat. Und der sieht man immer noch an, dass es ein tropischer Vogel ist. Also ganz bunt, fliegt wie kleine Drachen, einen wunderbaren, trillernden Ruf. Dem kommt jetzt der Klimawandel ein bisschen zugute. Der breitet sich mit dem Klimawandel aus. Aber das geht nur, wenn er auch diverse Wiesen hat und viele Insekten findet, von denen er sich ernährt. Das heißt, er ist so ein Indikator für warme und diverse Lebensräume. Und irgendwie gibt einem da immer das Herz auf, wenn man den hört. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war Katrin Böning-Giese im Gespräch mit Georg. Wir müssen, noch einmal nachdrücklich müssen, handeln, denn weitere 50 Jahre in dieser Geschwindigkeit wird der Planet zwar überleben, aber die Menschheit möglicherweise nicht. Hier geht es also nicht um Naturschutz im traditionellen Sinne, sondern um Menschheitsschutz. Hartmut Esslinger. Joho. Nächste Woche startet unsere DD-Cast Hartmut-Esslinger-Triologie. Ja, es geht um Hartmut Esslinger, den erfolgreichen deutschen Industriedesigner. Er wird nämlich 80 Jahre alt. Das von ihm gegründete Unternehmen Frog Design, heute Frog, Part of Capgemini, ist ein internationaler Koloss. Von Designstudio kann man da schon lange nicht mehr reden. Hartmut haben Georg und ich vor einigen Wochen in seinem Haus im Schwarzwald besucht. Die Gespräche führen von der Flucht, von der Provinzialität über Rock'n'Roll bis zu Steve Jobs. Also, das werden spannende Folgen. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DD-Cast-Redaktion. 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 Eure DD-Cast-Redaktion.